Das Hotel Sentara Grand West Sands Resort und Villas Phuket X Hotel West Sands Phuket liegt in Malka Haao Beach in Phuket. 50% der Gästen empfehlen das Hotel weiter. Neun Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,2 von 6 Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur neun Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Sport und Unterhaltungsprogramme Für das gute Sport und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,7 von 6 Sonnen. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,4 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 4,1 von 6. Sonnen Service Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 4,1 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 4,1 von 6 Sonnen bewertet. Lage und Umgebung Die Lage des Hotels ist in den Augen der meisten Gäste zufriedenstellend. Es werden 3,6 von 6 Sonnen vergeben. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.